Wenn wir heute wählen gehen, und das sollten wir unbedingt, denn wir haben nur alle fünf Jahre mal die Gelegenheit, den Landtag zu wählen. Also wenn wir heute wählen gehen, dann passiert etwas, das es so eigentlich gar nicht gibt. Wir werden zugleichen. Jede Stimme, die abgegeben wird, wiegt gleich viel. Die Stimme eines 18-Jährigen wiegt genauso viel wie die einer 85-Jährigen. Die eines erfolgreichen Unternehmers genauso viel wie die eines Menschen, der keine Arbeit hat. Ansehen und Aussehen spielen keine Rolle, Auskommen und Einkommen auch nicht. Für einen winzigen Moment blitzt die Vision einer Gesellschaft auf, in der alle Menschen dieselben Chancen haben, diese Gesellschaft zu gestalten. Ich nenne das den gesegneten Moment der Demokratie. Dass wir an dieser Wahl teilnehmen und unsere Stimmen abgeben, ist extrem wichtig. Aber wichtig ist auch, dass wir nicht extrem wählen, damit wir mit unseren Stimmen zum Segen werden können für andere. Dadurch, dass die Parteien, die wir dann wählen, eben ihre Politik machen. Für das Gemeinwohl, aber nicht gegen andere. Auf also, ab ins Wahllokal.